Das Wetter in Tulu, Sonntag, Kiriaki, am vorletzten Tag des Monats November 2020. Um 9.30 Uhr hat es 14,5 Grad. Ein minimaler Nieselregen und ein leichter Wind. Es ist nicht besonders kühl, sondern eher genauso kühl. Heute wird die Sonne wahrscheinlich nicht herausschauen. Oder nur sehr schüchtern und zögerlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017